Musik Hey Hanna, guten Morgen! Hey Julian, bitte heute Morgen nicht wieder streiten! Nein, nein, heute Morgen nicht! Ich hab gleich ne wichtige Mathearbeit und da kann ich das echt nicht gebrauchen, dass du mich wieder nervst! Nein, nein, jetzt nicht! Ja, das weiß ich doch, Papa hat mir das erzählt mit deiner Masselehrerin und dass sie voll fies ist und ich wollte dir nur sagen, wenn sie nochmal so fies ist, dann sag mir Bescheid dann komm ich da mal hin und klär das für dich Ach, danke Julian, aber ach, ich krieg das schon hin Das wirst du bestimmt Dann bis später, wir sehen uns nach der Schule Ja, und denk dran, danach ist natürlich alles wie vorher und kannst du mir bitte Süßigkeiten mitbringen, das wär super, falls nicht, gibt's Ärger Und Hanna, heute steht ja die Mathearbeit an Ich möchte unbedingt, dass du, äh, dass der neuen Lehrerin zeigst, dass du ne super Schülerin bist Und ich hab was vergessen Ich wollte doch, ich wollte doch, nein, deine Mutter wollte eher gesagt, äh, dass ich sie anrufe, bevor du jetzt zur Schule gehst Einen Moment, auch sie wollte dir unbedingt viel Glück wünschen Ich muss doch mal gleich los, Papa! Nur ganz kurz, nur ganz kurz, Schatz Mh, okay, danke, Mama Ja, ich krieg das schon hin Mh, ja, danke Also, Hanna, konzentrier dich, ich weiß, dass du das schaffst, du hast auch ein bisschen geübt und so Du kannst das Thema Bisschen, ich hab richtig doll gelernt Ja, du kriegst das richtig gut hin Ich, ich, also, das wird auf jeden Fall eine Eins Also, kein Druck, auch wenn's keine Eins wird, aber ich weiß es einfach Ich krieg das hin, Papa, ich bin zuversichtlich Sehr gute Einstellung Oh Mann, alle anderen sind ja schon da und haben sich schon hingesetzt Oh, ich glaub, ich werd jetzt doch ein bisschen nervös Hey, morgen, Leute Hanna, du bist endlich da Hey, Dave Wir müssen mal reden, komm mal kurz hin, ich hab da was gehört Was ist denn los, Dave? Was hast du denn gehört? Können wir nicht erst die Mathearbeit schreiben und das erzählst du mir dann später? Nein, 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 es geht ja um die Mathearbeit Was? Also, ich hab jetzt mitbekommen, dass wir beiden, weil wir uns ja beschwert haben, bei der Mathelehrerin Wirklich? Eine ganz andere Arbeit bekommen Nein Eine ganz, ganz andere Arbeit So, Kinder, hinsetzen! Hinsetzen, hab ich gesagt! Wir schreiben jetzt die Mathearbeit! Leute, Dave, Hanna, wollt ihr euch jetzt nicht langsam hinsetzen? Also, ne, sie hat's doch gesagt Ha, wenn die wüssten, dass ich die Arbeit gestern Abend schon gesehen habe Und die kriegen eine richtig faustdicke Überraschung, oh Mann, oh Mann So, Kinder, erstmal guten Morgen! Also, heute steht ja die erste Mathearbeit mit mir an Das wird sehr, sehr toll und auch sehr, sehr einfach Ich glaube, ihr werdet das alle sehr gut hinbekommen Ich glaub auch, dass wir das gut hinbekommen Ich hab ganz viel gelernt und ich kann alles Hm, du kannst alles? Ja, da bin ich mal gespannt Also, es gibt nur eine kleine Neuerung oder ein, zwei, die andere kommt gleich Wir werden jetzt heute die Arbeit über das neue Thema schreiben, was wir, was wir letztens in der Stunde behandelt haben Und, ähm, ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist, aber wir machen das neue Thema Was? Wie bitte? Wir sollten doch das alte Thema lernen Ja, es war gar nicht die Rede vom neuen Thema Das gibt's doch nicht! Also, ich finde, das können Sie nicht machen Sie haben uns vorher gesagt, wir sollen uns auf das alte Thema vorbereiten Und Sie können doch jetzt nicht einfach das neue nehmen Äh, wie bitte, Hanna? Also, das finde ich echt ungerecht Also, du findest das ungerecht? Ich bin die Lehrerin und ich entscheide! Ja, das, das finde ich auch, genau Also, darauf hätten wir uns auch vorbereiten können Und ich hab mich zum Beispiel auf das neue Thema vorbereitet Hättet ihr ja auch machen können Na, sehr gut, Ritchie, sehr gut Also, du bist, du bist wirklich ein Vorbild für die anderen Nehmt euch ein Beispiel an, Ritchie, der hat sich vorbereitet So, ihr könnt dann auch jetzt anfangen Ihr habt die Klassenarbeiten ja vor euch, viel Glück Oh Mann, was ist das denn hier alles? Das hatten wir alles noch gar nicht So weit waren wir noch gar nicht im Buch Äh, Hanna, jetzt wird eigentlich nicht mehr geredet Gibt's irgendein Problem? Ja, das Problem ist, es ist das neue Thema Und Sie haben uns das nicht gesagt Man muss das als Lehrerin den Schülern vorher sagen Welches Thema dran kommt Sonst lernt man was Falsches Das ist, das ist fies Ah, papalapap, nein, nein Also, wenn du eine gute Schülerin wärst, dann würdest du das jetzt auch hinbekommen Aber, naja, ich kenn dich ja, Hanna, ich hab schon einiges ja von dir gehört Äh, Ritchie, ich wollt noch mal kurz mit dir reden Also, Ritchie, hast du die Arbeit gestern bekommen? Äh, ja, natürlich, natürlich Äh, bist du beruhig? Also, du machst das jetzt, weil ich hab gleich noch was ganz, ganz Neues Also, schreib das direkt alles auf, die ganzen Lösungen Ja, gut, hatte ich sowieso vor Ich hatte auch einen Spickzettel dabei, das ist ja nicht so schlimm Nein, nein, perfekt, perfekt, mach das Ich werd dich schon nicht erwischen So, Ritchie, du hast mich verstanden Also, mach das jetzt Und nicht abgucken Oh, Mann, das ist ja sowas von schwierig Also, ich hab zwar gelernt, aber das ist echt schwer, das Thema Äh, Hanna, was hast du denn eigentlich da bei Nummer 1? Ritchie, hör auf zu reden Ich muss mich konzentrieren Und wenn unsere Lehrerin uns hört, dann gibt's wieder für mich Ärger Ach, was, zeig doch mal her Also, ich kann das nicht so gut Und ja, ich wollte doch nur mal bei dir abgucken Oh, Ritchie, setz dich jetzt auf deinen Platz Ich muss mich konzentrieren Oh, übertreib doch nicht Ich möchte ja nur mal gucken, du Oberstreberin Ach, was ist hier denn los? Keine, keine Partnerarbeit hier Hanna, also, setz dich von dir? Doch, hab ich von dir erwartet Ja, also, Hanna, was nervst du mich? Ich muss die ganze Zeit dir Arbeit schreiben Und du hast da irgendwelche Fragen und sagst Kannst du mal hier rüber schauen? Also, tut mir leid, das ging nicht anders Das stimmt doch gar nicht, du bist zu mir gekommen Äh, pff, äh, ich weiß nicht, was du erzählst Ich will mich konzentrieren Also, Hanna Und werde nur genervt So, ihr beiden, jetzt ist vorbei Hanna, wenn ich dich jetzt noch einmal wische Dann nehme ich dir deine Arbeit weg Und Ritchie, bitte, du kannst das Thema Also, streng dich an Ritchie soll das schaffen? Na, da bin ich ja mal gespannt Ich kann das Thema noch nicht mal Und die anderen auch nicht Wie soll Ritchie das denn dann richtig machen? John, sag mal, John, verstehst du das? Also, ich verstehe nur Bahnhof Also, Aufgabe 1a würde ich noch schaffen Aber alles da, das schaffe ich doch niemals Oh Mann, ich habe noch nie so eine schwierige Mathearbeit gesehen Jetzt bin ich echt nervös Ach ja, Kinder, eine Sache wollte ich noch sagen Also, wir schreiben die Arbeit jetzt seit 5 Minuten Und ihr habt noch 10 Minuten Zeit Dann ist es vorbei Dann müsst ihr abgeben Was? Wie bitte? Wie soll das denn gehen? In 15 Minuten sollen wir eine Mathearbeit für ein neues Thema schreiben? Das ist doch total verrückt Das geht doch gar nicht Also, langsam reicht es mir Das geht nicht Erst ein neues Thema Jetzt auch noch viel zu wenig Zeit Wie sollen wir das denn hinkriegen? Also, ich beschwere mich nicht Ich weiß auch nicht, was mit den anderen los ist Ich finde das Thema gar nicht so schwer Hättet ihr gelernt, dann wäre das gar nicht passiert Als ob man das in 15 Minuten schaffen kann Ja, doch, guck doch Hä? Warum? Wie hast du das denn jetzt alles so schnell gelöst? Ich bin jetzt halt klug Und nicht mehr du So, weil ihr alle am Meckern seid Habt ihr jetzt nur noch 5 Minuten Zeit Also, beeilt euch! Und wenn ihr noch weiter meckert Dann sage ich jetzt, ist sofort Schluss Damit das klar ist Also, Ruhe jetzt! Nein, tut mir leid Aber das geht wirklich nicht Also, hier ist jetzt Schluss Das mache ich nicht mit Ach, Hanna Vogel Muss hier wieder Muss hier wieder einen raushängen lassen Naja, gut Okay, alles klar Wenn du es so haben willst Dann nehme ich dir deine Arbeit jetzt weg Und kontrolliere sie Halt, nein Mit dem, was du jetzt hast So ist das jetzt Ich möchte mehr Zeit haben Ich habe das Recht, mehr Zeit zu bekommen Nein Sind Sie überhaupt eine richtige Lehrerin? Wir haben als Schüler mehr Zeit verdient Bist du eine richtige Schülerin? Wir müssen uns in Ruhe da ransetzen Und in Ruhe nachdenken Tja, hättest du mal gelernt Was soll das denn? Das ist eine 5- Du hast nur 1A richtig Und sonst steht bei dir ja nichts Noch nicht mal einen Namen hast du aufgeschrieben Also, unfassbar 5- Habe ich aber auch nicht anders erwartet Das ist doch wirklich nicht ihr Ernst Das können sie doch nicht machen Natürlich kann ich nicht Ich bin die Lehrerin Also, tut mir leid Jetzt reicht es Aber das können sie doch nicht machen Wir haben nur ein paar Minuten Zeit gehabt Und jetzt sagen sie Ne, das war es Und geben Hanna einfach eine 5- Das ist doch sowas von unfair Stimmt, natürlich Das ist unfair Ich sollte auch deine Arbeit direkt kontrollieren Aha, auch nur 1A gemacht Auch nur 5- Wundert mich jetzt gar nicht, Dave Äh, das Was ist Ja, ich hab nur 1A natürlich Weil ich auch nur gefühlt 5 Minuten Zeit hatte Wie die anderen auch So, jetzt reicht es mir Ihr könnt euch bei Hanna und Dave bedanken Jetzt ist Schluss Stift beiseite legen Ich kontrolliere direkt die Arbeiten Also, Hanna Wir müssen irgendwas tun Also, das geht doch so nicht weiter in Mathe Und, äh, Chillig Der muss davon erfahren Dave, definitiv muss er davon erfahren Das ist wirklich ein Skandal hier Ja, war ja klar Dass die Oberstreber sich jetzt beschwerden Weil sie keine gute Not haben Nimmt es doch jetzt einfach so, wie es ist Also, das ist halt die Wahrheit Wenn ihr euch nicht vorbereiten könnt Dann ist das so Ich finde, ihr habt ihr 5- verdient Das war jetzt ja klar Ich frag mich auch Wie du das alles geschafft haben willst Ja, ich hab gelernt Nicht so wie du Innerhalb von 3 Minuten Hast du da alles hingeschrieben Ja, na und Weil ich halt klug bin Das kann doch gar nicht sein Richi, jetzt mal ganz ehrlich Ganz ehrlich Findest du das fair, was die hier macht? Pff, was ist das denn für eine Frage, Oberstreber? Natürlich ist das fair Nur weil ihr jetzt keine gute Note habt Müsst ihr euch natürlich beschweren War ja sowas von klar So Kinder Ich hab alle Arbeiten jetzt kontrolliert Und die Ergebnisse habt ihr jetzt im Heft Also die Note Der Notendurchschnitt hier Ist natürlich nicht so schön in der Klasse Das müssen wir beim nächsten Mal besser hinbekommen Nur der Richi Der hat eine tolle Note geschrieben Also Also Pia Du hast eine 5- John, du auch Luisa auch Dave, Hannah Und der Richi, der hat eine 1 Sehr schön, Richi Also Ihr könnt auch gerne Nachhilfe von ihm nehmen Das ist sowas von unfair, was sie hier machen Das sieht doch jedes Kind, dass das hier faul ist Und Richi eine 1 Das kann doch gar nicht sein Auf einmal ist Richi ein Musterschüler Und hat innerhalb von 3 Minuten alles richtig hingeschrieben Also das geht nicht mit rechten Dingen zu Und wenn die ganze Klasse eine 5- hat Vielleicht liegt das Problem dann ja bei der Lehrerin Und nicht bei den Schülern Ja, Dave hat recht Ich finde, das war heute total unfair Ach, unfair Papalapap Ihr könnt das ja bei der nächsten Arbeit wieder gut machen Oder mit eurer mündlichen Mitarbeit Naja Wir können ja jetzt noch weiter Unterricht machen Wir können ja mit dem neuen Thema jetzt fortfahren Was ihr ja eigentlich hättet schon lernen müssen, ne? Das geht so nicht weiter Also wir müssen das ja entschillig erzählen Wir müssen gegen die neue Mathelehrerin angehen